Sooo... Ah, sterb jetzt! Würde Skillet. Alter, willst du mich verarschen? Was war das denn jetzt für eine asoziale Kracke? So was, Grattle. Was ist das denn für ein hässliches Viech jetzt bitte? Also nochmal Tipps, weil du das nachher brauchst. Mit dem Rollenmiss schnellen Erlauben am schnellsten müssen Erlauben mehr Fähigkeit von dem Dolch. Das Himmel wird nicht well agen. Ach fuu ey! An der Stelle bin ich so oft verreckt. Was? An dem Viech oder was? So, mal kurz gucken, wo muss ich da dann... Ach so, oh GOOOOOOOT! Wie sind die Fähigkeit von dem Dolch? Meinst du damit oder was? Das wird ein Spaß. Okay, also ich hab ewig viel Zeit, aber da links ist ein Dingens. Die Frage ist nur, wo ich da... Wie das halt so geil ist. Okay, ich verbrenne langsam, ich merke. Sehr gut. Das ist aber echt ein guter Tipp mit dem Dolch und der Lava. Da... Muss ich denn jetzt hin? Ich glaube es ist sinnvoller... Ach, da waren... Ich hab das nicht gesehen. Ich hab nicht gesehen, dass es da rechts reingeht. Ich dachte, da geht es links jetzt irgendwo noch rein. Weil rechts der Weg weiter ging. Dachte, dass es links weiter geht. Och... Das geht mir so auf den Sack, ey. Okay, du jammest mega unfassbar fühlen. Dann schaffst du aber die Teile mit dem Verhältnis viel besser als... Äh... Unser einer mega... Was? Ich würd gern was sehen, danke. Okay. Hmm... Hallo. Bin ich eigentlich der Einzige, der es mega nervig findet? Dass die Sprung-Taste und die Sprinten... Äh, die... Die Sprinten- und Ausweichtaste auf dem gleichen Knopf ist? Hö. NIEM! Das ist einfach auf der Einzige. Ja. Das ist einfach mal. Ich hab nicht gesagt. Das ist einfach mal. Ach. Der ist doch schon da, Mist Oh fuck me ey Du elende Pistenhelge, ich hasse diese Viecher Nein Oh Gott sei Dank Einem schwarzen Hüch, den du First Strike plattest hast Bin ich dreimal gestorben Ja der wird mich vermutlich jetzt auch killen Weil jetzt weiß ich, dass er da ist Das heißt, jetzt werde ich so spielen, dass ich weiß, dass er da ist Das heißt, er wird mich locker killen Weil das war nur mega lack, dass ich den gekillt hab Glaube ich beim ersten Mal Töte sie mit Liebe, Heps Koppel, danke für den Sub Wuhu Und hallo Koppel Schön, dass du da bist Willkommen in Rage Land Wo ich mega rage Koppel, du hast herrlichen Rage verpasst Hallö Och Menuh Ja das war Ein schöner Rage, ja Ey Ich hasse diese Ich hasse diese Wägen Ohne Scheiß Guck ich mir das Watt nachher an Ohne Ich hab mal einen schönen YouTube Channel Da gibt's auch schön die Dinger drauf Guck ich mir das Guck ich mir das Watt anschauen Guck ich mir das Watt anschauen Muss ich mir das Watt anschauen Oder ich schau mir das Watt an Aber guck ich mir das Watt anschauen Ist Schwierig Und hallo Schön, dass du da bist Guck dir Watt anschauen Achso, warte mal Moment Och Mann Puh So In einzelnen Dungeons kannst du die Wagen auch töten Aber nicht in dem Och Mann Fuck Bin gerade in der Sonne eingelaufen Mein Gehirn ist gebraten Schön medium rare Ne trocken Wenn du überall Ich glaub hier ist noch einfacher Wenn du nach unten fährst Ne Ne trocken Wenn du Masse ist Alter Schwede Ich hasse diesen Dungeon so sehr Ja Hä Wieso kommt der Weiter die Fähigkeit benutzen Ohne Mana Hä Braucht der Braucht das Mana Das Ding Wart mal Braucht das halt Mana Wart mal Ey Weil das ganz wenig ist Das war ganz Wenig Mana Ich glaub ich hab noch genügend Mana Übrig gehabt So Oi Guns Run ungültig Glitch abused Am Arsch Am Arsch Fuh Cooper Fuh 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 Du kannst den Dodge weitermachen Aber du hast kein I-Frame mehr Also das Movement hast du Du hast kein I-Frame mehr? Was für ein I-Frame? Ich will keine Webseite einbinden Ich will Dodgen Invincible Frame So Okay Wir haben Marikas Pfahl So Okay Bin ich voll? Ja ich bin voll So Äh Nein Kann ich eigentlich Eine blöde Frage Kann ich das eigentlich machen Und dann da rein? Nee ne Es geht nicht Ich glaub die brechen dann ab Oder? Ja die brechen ab Och ich wusste es Ow Ich bleib ausgerechnet Fuck me Oh nein Keine mal mehr Fuck Bloodhound Night Flow Okay Okay So So Die Attacke gibt dir ein I-Frame Was ist ein I-Frame-Kopsel? Du röst hier Hier mit Entwicklern I-Frame ist Webentwicklung Du müsst WFMU spielen Ich hab da Ha Da gibt es keine I-Frames Death Route Wow I-Frame In Vulnerability Frame Also die Royals in Elden Rings Auch ein I-Frame Glaub ich Ja doch Okay So Mensch Yay Wir haben einen recycelten Boss gekillt Und Ja Krieg ne Death Route Yay Challenge Wuhu Party Das ist was ich mein Also Das ist das was ich literally mein Die haben den Boss hier recycelt Und es gibt halt ne Death Route Okay Die kann ich jetzt mit einem Typen Füttern Aber es ist halt nichts rewarding Das ist doch cool Ich weiß nicht mal was ich mit denen machen soll Also ich kann die dem Ding jetzt verfüttern Aber keine Ahnung Doch Eigentlich schon cool Schon Find ich auch Ja aber was hab ich denn davon Die dem Typen zu füttern Außer dass ich irgendwelche Spells Von dem Krieg Die ich eh nicht verwende So Wenn du dem alle gibst Gibt es ein nice item am Ende Ja okay Habs hat vorhin gemeint Dungeons sind alle Äh Scheiße Lohnt sich Kein einziger Weil es mir halt zu viel recycelt ist Die werden jedes mal irgendwie Den coolen neuen Boss Reingepackt hätten Zum Beispiel Dass du halt Ja der war bloß Angry Weil er am sterben war Angie Nein ich war angry Nicht Angie Ja das schon Aber es ist trotzdem Es sind halt immer die gleichen Recycelten Bosse Aber er hättest sehen müssen Wie er gestorben ist Ne Angie Also Was ist denn Angie Kenn ich nicht War es denn noch In dem Dungeon Oder war noch irgendwas Ne ne es war es dann In dem Dungeon Mehr war da glaube ich nicht Ein Storm Sehr gut So Hammer das So wie geht es jetzt hier weiter Wie geht es jetzt hier weiter Komme ich da irgendwie runter Äh Ja 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 Bababababam Babababababababam Ähm Wie komme ich denn da jetzt runter Ah Ah da oben Komme ich hoch So Was eigentlich sagt Wenn man das Wenn etwas süß Wütend ist Aber ich sag es einfach so gerne Klingt besser als angry Äh okay Hab ich noch nie gehört Das sind voll die Jugendwörter Wie hier Hä Oh nein Oh nein Komm her du Mistgeburt Holy shit Okay Bist kein Mistgeburt Entschuldigung Nein ich hänge vom Stein fest Ah I hate it so much Ah ja Das kann er auch sehr gut Au Au Maaann Blödes Mist Vierländiges Mimensprache Ja Merke ich schon So ich muss die Leiter Auf jeden Fall hoch Äh Äh Dann Da 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 Ist ja noch irgendwas Irgendwo Oder glaube ich noch ein Item Oder Oder bin ich blöd Ich dachte hier ist noch irgendwo ein Item Ich dachte, ich hab da vorhin noch was gesehen. Offensichtlich. Ach doch, hier. Wusste ich doch. Äh, so. Prifigis. Mhm. Na gut. So. Ach ja. Ach ja. Wie findest du eigentlich den neuen Emotes, Kopsel? Gut, die sind auf Twitch noch nicht drauf, weil ich, ähm, noch auf deine Meinung warte im Discord. Äh, bevor ich dir dann ummünze, aber... Hä? Das war ja... Was war das denn für ein... Was war das denn für ein... Für ein Bullshit. Gut, dass du sagst. Muss Luki Luki machen. Luki Luki. Gibt extra den Kopsel-Spezial-Emote. Oh, kann ich mal mehr. Das ist doch. Was war das denn? Ich liebe einfach Magik, Magik ist so gut. Ich bin ein Magier, der viel Damage macht und das macht sehr viel Spaß. Magier, Magier, ich bin ein großer Magier. Ich mach alles platt mit meiner coolen Magie. Ja, okay. Außer wenn ich sie nicht platt mache mit meiner Magie, weil der Spell länger braucht zum Casten als sonst was. Alter, willst du mich verarschen, ey? Ich hasse diese Viecher, echt. Habt ihr noch ein paar Pfeile? Ich hab wenig zu wenig Pfeile in meinem Körper drin stecken. Alter, willst du mich verarschen? Ey, was ist das für eine Scheiße? Was für elende kleine Pisse. Ich find ich brauch mehr Pfeile irgendwie. Ich hab zu wenig Pfeile in mir drin stecken. Weiß auch nicht. Irgendwie komisch. Weiß nicht. Hat noch bei jemandem ein paar Pfeile übrig? Nein, ich komm nicht, um mich zu retten. Ich mach dich trotzdem platt. Also komm, die sind schon mega ätzend, wenn du keine Chance hast, irgendwas zu machen, in die Nähe zu kommen, weil du einfach sofort massakriert wirst und dir acht Millionen Pfeile reingeschossen werden. Das ist schon ein bisschen insane. Das ist so ein toter Baum, da würde ich gerne hin. Aber da kommen wir später bestimmt noch hin, bestimmt. Ähm. Aber ich hab ein Problem. Hab ich noch einen Heiltrank? Einen Heiltrank hab ich jetzt wieder, okay. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen hier hochgehen und da drüben hochgehen? Gibt's da einen Unterschied? Weil da drüben geht's auch nochmal hoch. Mal gucken, was da dann ist. Was ist das eigentlich für ein riesiger Turm? Das ist ein Unserium und trotzdem unbedingt die Moonweltfähigkeit customiert, auch wenn's eigentlich nicht möglich ist. Ja, aber ich konnte ja nicht mal nah hin und kon schlagen, weil ich die ganze Zeit Knockback gekriegt hat. Nee, weil ich die ganze Zeit Knockback gekriegt. Ich hab die ganze Zeit Knockback gekriegt, ich konnte nicht mal normal schlagen. Ich kam mir nicht mal in die Nähe von denen. Okay, was hast du ein schönes? Okay, Steinschwerdschlüssel ist ein No-Brainer. Cookbook ist auch ein No-Brainer. Ansonsten hast du nichts Gescheites. Sorry. So, was ist da drüben noch? Ist da irgendwas? Ist das noch ein Item? Hm. So, meine Emotion ist gepostet. Wie ich jetzt einschneiden würde. Bisschen anders als Coups, ja manche gleichen sich auch. Okay, da bin ich mal gespannt. Also, ihr könnt doch einfach mehr subben hier auf dem Kanal. Dann kriegen wir... Ich brauch noch 10 Subs. Ich glaube, es müssen 10 neue Subs sein. Äh, da bin ich mir nicht sicher. Dann, äh, kriegen wir ein animiertes Emote. Und ein normales Emote noch. Aber für den Pock-Emote voll geil. Ja, der ist auch super. Du kannst doch einfach 10 Subs verschenken. Ist so, helps. Ja. Dann müsst ihr jetzt aus dem... Oder was ist das für ein Viecher? Ach, weg mit dir. Mist, wie erländiges. Kannst du 10 Subs verschenken, Coupa? Ich geb dir das Geld am Wochenende. Beziehungsweise ich überweise es dir. Nein, Spaß. Äh, ihr kriegt ja die Punkte praktisch, äh, dafür. Also die Vorteile davon mit 10 Subs und Ding und tralala. Ich habe ja davon nichts. Außer, dass ich meinen eigenen Stream pushe. Ähm. Hallo, du. Du bist ein mega... Blödes Stück Dreck wahrscheinlich. Das heißt, warte. Ich zeig dir ganz kurz, wie wir in Hepernia damit umgehen. Und tschüss. Ähm. Coupa! Das war ein Witz! Äh. Äh. Ja. Yippie, ein neuer Mote. Totally worth it. Du hast es ja gesagt. Der Chat. Ähm. Ja. Danke für die 10 Gifted Subs. Das war ein Scherz. Äh. Ja, gut. Danke. Coupa. Ähm. Ja. Wir haben... Mad Lad Coopsy. Ja. Wir haben... Okay. Es gibt einen neuen Emote jetzt. Und... Äh. Ja. Danke. Geil. Ein Sub ging an die Kellertür. Das sind schon Meubelstücke von der Fallon. Was? Kellertür. Okay. Cool. Es gibt jemanden, der Kellertür heißt. Geil. Ja. Glückwunsch an alle, die uns abgekriegt haben. Äh. Ich darf keine Scherze mehr machen. Echt. Äh. Ja. Super. Gut. Ähm. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. So. Das andere ging auch hier hoch, oder? Die andere Treppe. Äh. Äh. Ne. Die andere Leiter geht da noch hoch. Okay. Yo. Shit, mir pleite. Es gibt für den Rest der Woche nur noch gebratene Amazon-Kartons in Butter geschwenkt. Ähm. Ähm. Ach so, warte mal. Äh. Oh nein. Oh Gott. Holy crap. Äh. 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 Die Idioten habe ich gedodged. Die waren mir zu anstrengend. Damals zumindest. Ja, okay. Ich verstehe. Okay, die holen sich alle irgendwie den Wahnsinn dann da raus. Das ist ja mega ätzend. Hier wird nichts gedodged. Ich dodge doch gar nichts. Ich kill die doch ganz brav. Die gehen mir nur auf den Sack. Okay, wir haben wieder drei Heiltränke. Das ist ganz gut. Da fällt mir übrigens ein... Warte mal, sehen die mich? Nee, ne? Ach nee, warte mal. Ich hatte was anderes drin. Ich hatte dieses Dingens hier. Godfrey-Icon, Charged Spurs und Skills. Das hatte ich drin. Um... Ich schaue-Icon. Ich lese nicht. Ich sehe.